Über den Flügel geschaut mit Oskar, unserem Sarka-Falkentertel. So nennt man nämlich die männlichen Greifvögel in der Falkner-Sprache. Ja, und der Oskar, der zeigt bei uns in der Flugschau richtig rasante Flügel aufs sogenannte Federspiel. Das ist eine Art Beuteattrappe, die der Falke immer wieder anfliegt. Und der Falkner versucht sie dementsprechend rechtzeitig immer wieder wegzuziehen, um ihn zu animieren, dran zu bleiben, bis er die Beute erfolgreich geschlagen hat. Ja, Oskar hat Beute schon hier, ist gerade fleißig am Fressen und das trockene Herbstwetter hier ganz herrlich zu genießen. Mehr Infos zu Oskar und seinen rasanten Flügel, die seht ihr und kriegt ihr bei uns in der Flugschau. Natürlich dann, hoffentlich ganz bald, wenn ihr wieder kommen dürft. Bis dahin, bleibt ganz munter, bleibt gesund. Liebe Grüße aus dem Wildpark Schwarze Berg. Vielen Dank.